Der Hip-Hop-Käse ist uns der Beste. Hier in der Schweiz kam ein Bericht, dass ein Käse, der über längere Zeit mit Hip-Hop beschallt wurde, über längere Zeit, der Beste ist. Es ist wissenschaftlich untersucht. Hip-Hop, Techno, Wald, Klassik und Heavy Metal weil sie beschallt und sie so geschmacklich untersucht durch die Zusammensetzung, weil das am Beste ist. Eine empirische Studie, glaube ich. Ich gehe gegen Hip-Hop zum Käse gehen, da versprechen wir davon, dass es besserer Käse gibt. Sehr guter Käse, geschmacklich. Für mich bietet es auch noch gute musikalische Unterhaltung.